Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Wir starten heute mit der Woche 3 von Season 6. Wir gucken uns jetzt zuerst mal die neuen Aufgaben an. Verdienen Sie einen freundlichen Ruf bei Casey. Fügen Sie Zombies im verlassenen Dorf 2000 Schaden zu. Füttern Sie in der Siedlung Casey's Beeren etwas Dosenfleisch. Bereiten Sie 5 gebratene Toten zu. Töten Sie 15 Wölfe mit einer Glock. Fügen Sie Meermännern in der Kanalisation 1000 Schaden mit einer modifizierten Waffe zu. Braten Sie 10 saftige Steaks. Besuchen Sie das verlassene Dorf. Töten Sie 15 Zombies im verlassenen Dorf. Durchsuchen Sie im verlassenen Dorf 3 Gegenstände. Die Premiumaufgaben dieser Woche sind Zerstören Sie 3 Geschütze im 2. Stock von Bunker Alpha. Gehen Sie in den infizierten Wald. Fügen Sie Krabblern im Keller der Siedlung 1000 Schaden zu. Stellen Sie 10 Kiefernbretter her. Töten Sie einen wilden Riesen mit einer modifizierten Waffe. So, zuerst machen wir uns dann jetzt mal auf den Weg in die Siedlung und gucken mal, wo wir den Casey finden und was der heute mit uns vorhat. Ich habe auch schon mal ein paar Glocks eingepackt, damit wir da nachher auch schon die ersten Waffen mit dabei haben, wenn die erste Aufgabe gestellt wird. Sonst müssen wir ja ständig hin und her laufen. Viviens Aufgaben haben wir ja noch rechtzeitig erfüllt in der letzten Woche. Falls ihr da noch nicht ganz fertig seid, habe ich dazu auch noch die passenden Videos. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Und wir gucken mal, hier oben sitzt jetzt Casey. Hast du ein Mädchen getroffen? Sie hat mir geholfen. Sie ist in den Wald gelaufen, aus dem du gerade kommst. Hilfst du mir, sie zu finden? Finden Sie Casys Helferin im Haus am Waldrand. Das machen wir doch glatt. Dann gucken wir jetzt mal, ob das ein extra Event ist. Vielleicht ist das ja auch das neue Event für die dritte Woche. Ah, hier oben über dem Haus. Ich habe auch nochmal sicherheitshalber eine Glock mit Beinschuss eingepackt. Für manche Zombies ist das immer ganz praktisch, wenn die zu schnell sind. Oder um sie einfach quasi schon zu erschießen, bevor sie den ersten Schlag machen können. In der Mitte sehen wir schon ein Haus. Wir gucken jetzt erstmal, was hier so für Zombies rundherum stehen. Und ob wir die nicht alle schon mal mit Nahkampfwaffen töten können. Hier oben geht es dann nachher ins Haus. Da wackelt auch schon fleißig die Tür. Mal gucken, was sich dahinter versteckt. Das war wohl jetzt schon mal der letzte Zombie, der hier rundherum steht. Dann wechseln wir gleich schon mal die Waffe. Und nehmen die Glock mit Beinschuss mit dazu. Hm, noch will hier nichts rauskommen. Oh, hier drin ist ein Heuler, den kennen wir schon vom Motel. Für den kann man jetzt auch super den Beinschuss benutzen. Und einfach ganz in Ruhe drauf schießen. So hat er es noch nicht mal geschafft, euch einmal zu schlagen. Aber irgendwas ist hier wohl noch in der Hütte drin. Ein kranker Wolf. Hat aber, glaube ich, mehr Leben als sonst. Mal gucken, wie viel Damage der so macht. Ah, er hat dieselbe Attacke wie der Bär oder der Slasher aus Bunker Bravo. Und hier kommen jetzt zwei nette Leute, die uns direkt über den Haufen knallen wollen. Aber nicht mit mir. Und sie haben sogar ihre Waffen gedroppt. Das ist ja mal was ganz Neues. Wenn auch eine Winchester jetzt nicht so geil ist. Und hier gibt es auch, Mensch, vier Dosen. Das hat sich ja wieder richtig gelohnt. Dann werden wir jetzt mal zurück zu Casey laufen. Die erste Aufgabe von Casey ist jetzt ja schon erfüllt. Das Mädchen haben wir zwar nicht gefunden. Aber wenn da keins war, können wir auch nichts finden. Belohnungen finde ich bei ihm sind jetzt nicht so geil. Da waren die von der Vivian ein bisschen besser. Wir kriegen noch eine Landmine, den Rucksack, den nachher keiner benutzt, weil er zu klein ist. Und einen Elite Husky Welpen. Und als nächstes möchte er hier einen Haufen Nahrung haben. Da laufen wir doch nochmal schnell nach Hause und bringen ihm, was er möchte. Ich denke allerdings, dass wir ohne den Koffer noch nicht genug Rufpunkte zusammenbekommen, um die nächste Aufgabe erfüllen zu können. Aber in zwei Stunden wird das Ganze schon wieder resettet. Und wir können dann ungefähr heute Nachmittag die nächste Rufstufe machen. Damit ihr auch das nächste Video rechtzeitig mitbekommt, lasst gerne ein Abo da. Ihr könnt auch gerne kommentieren oder ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich schmeiße jetzt hier nochmal die letzten Nahrungsmittel rein. Und wir machen dann später weiter. Viel Spaß und bis dann! 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 Bis dann!